Moin Leute, Leslie hier. Heute spielen wir Asphalt 9 und zwar spielen wir das übers Android, haben das aber über den PC auf Twitch gestreamt und das seht ihr heute als Highlight. Viel Spaß. Vernichtung, geil! Wir rühren zweimal die linke Hälfte des Bildschirms, um einen 360 durchzuführen. Ja, läuft bei dir, Auto. Läuft bei dir. Okay, I don't know what I'm doing here, aber wird schon. Oh ja, Nitro im Flug einsetzen ist bestimmt richtig gut. Wow! Nice! Da seh ich mich. Diese Flagge gibt es, wenn du als Erster ins Ziel kommst. Okay. Entlammern. Bla, bla, bla. Wir sind Vierter, Leute. Was soll dies? Was soll das? Wow, Crash! Vernichtung, geil! Nice! Ich bin da noch Vierter! Nein! Oh nein! Okay. Zielinie, jetzt bitte. Jetzt bitte. Ja, nice. Fahren wir erstmal zwischen die beiden und durch. Nice! Nice! Ich weiß nicht wie, aber nice. Da kriegen wir eine Blaupause für den 360-Set. Ich bin gerade so voll auf Karrieremodus. Nice! Wie viele Blaupausen brauche ich noch für den 360-Set? Sieben bis zur Aktivierung. No! Oh, da hätte ich das andere nehmen müssen. Oh fuck, da hätte ich das andere nehmen müssen. Oh Gott, das wird schwierig. Nehmen wir mal. Okay. Okay, bisher ist gut. Boobies. Was ist mit Boobies? Habe ich gerade Boobies auch gezeigt? Nö. Boah, wie ich den von hinten einfach komplett wegge... Auf den anderen drauf. Das wäre es jetzt gewesen. Nice. Boah, nice, nice. Nice. Komplett am Zerstören hier. Ja, genau. Das ist wieder von mir. So sehe ich das auch. Okay. Hey, wieso war das nicht voll? Was soll das? Wieso? Wie komme ich denn an den Rennen? Oh Mann. Das war's. Das war meine Chance vorhin. Schade. Nevermind. Oh, das war ein schönes Rennen. Das hat Spaß gemacht. Oh, ich habe aus Versehen. Hallo, Fingerabdruck. Immer nur... Okay. Oh, ich bin gerade irgendwie blöd gefahren. So richtig blöd. Das sind die Bullen. Nice. Die habe ich heute Nacht in GTA auch die ganze Zeit. Naja, ich habe viele Dinge mit den Bullen gemacht. Oh, das sieht gut aus, das Rennen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, ich habe das Glück, dass ich meistens an die Bullen rankomme mit meinem Vollgas hier. Tschüss Bullen. Tschüss Bullen. Tschüss. Geht ihr bitte weg. Cool. Dem konnte ich morgens immer Hallo sagen, als ich zur Uni gefahren bin. Da stand nämlich immer einer auf dem Weg zur Autobahn. Toll. Ja. Pack die Pornostimme aus. Oh, Mama. Was? Wie die sich gegenseitig kaputtschießen hier. Ich habe keine Ahnung, ob die Strecke besser ist. Anscheinend habe ich alles richtig gemacht. Oh ja, ich habe alles richtig gemacht. Cool. Sehr gut. Sehr gut. Ups. Das tut mir aber leid, Mitspieler. Ups. Drei Vernichtungen. Nice. Da sehe ich mich. Welche Farben hat der denn noch? Schwarz, Leute? Schwarz. Oh ja. Oh. Oh Baby. Was ist das denn hier für eine Strecke? Holy moly. Was passiert hier? Ich bin verwirrt. Aber das bin ich immer. Oh, ich habe den im... Boah. Leute. Das war gut Gameplay. Das war gut Game. Oder auch nicht, weil der uns schon hier... wieder fast abzieht. Oh, was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Das war nicht euer Ernst. War gerade voll gut. Was habe ich falsch gemacht? Was habt ihr richtig gemacht, Bots? Hier sind das Syndikat mit Herzchen. Falle in den Kaninchenbau. Wir erwarten dich. Also das Syndikat sagt nicht so unauffällig sein, aber es macht viel zu viel Spaß. Die Autos vernichten. Ha. Da sporen auf einmal zwei neue Bullenautos vom Himmel. Es könnte auch GTA sein. Ich würde sagen, mit Asphalt war es das jetzt erstmal. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. What is your path to becoming a legend?